naja liebe leute jetzt könnte man ja sagen was nützt mir dieser quatsch hier es geht um netzwerke einfach mal so als anregung für euch also ich will nicht sagen dass ich mich da super mit auskennen aber wer hier mein büro sieht mit den vielen computern und kabeln naja der glaubt das dann schon ein bisschen wer darüber was wissen will guckt mal auf den link den ich dann zum schluss anbringe auch das ist ein video für speziellere probleme aber da könnte mal hingehen vielleicht interessiert sich ja wenn ich auch nicht schlimm man wird aber nicht dummer also macht's gut